Was ist die energetische Reinigung und Auflage? Das ist im Moment eins meiner Lieblingskinder als meiner Lieblingsprojekte. Warum? Weil ich Ihnen in diesem Buch verrate, wie Sie Ihr Leben viel leichter gestalten können und wie Sie die Verknotungen in Ihrem Leben viel leichter und viel schneller aufladen können. Wenn Sie sich mit spirituellen Themen und Zusammenhängen schon befasst haben, dann ist es gut möglich, dass Sie das Thema energetische Reinigung bereits in Ihrem Leben drin haben. Dass Sie vielleicht energetisch reinigen mit Räucherungen oder mit violetter Flamme oder, oder, oder. Und sollten Sie noch nicht dieses Wissen der energetischen Reinigung für sich gefunden haben, dann ist es heute vielleicht gerade der richtige Moment davon zu erfahren. Warum sollten wir reinigen? Andere wissen nichts davon und geht auch. Bei mir ging es auch, die meisten Jahre meines Lebens ging es für mich ganz wunderbar ohne energetische Reinigung. Handicap war nur und ich wusste es nicht, dass es mir von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr beinahe unbemerkt immer schlechter ging. Ob es persönlich war in meinem Leben, ob es in der Beziehung war, ob es im wirtschaftlichen Bereich war, ob es im Beruf war. Und meine Gesundheit hat auch schon lange aus dem allerletzten Loch rausgefiffen. Naja, ich habe es halt mit nichts in Verbindung gebracht. Eines Tages ist hier bei uns im Saarland dieses großartige Wissen aufgeschlagen um die Zusammenhänge der energetischen Reinigung. Und zwar ganz knackig und ganz praktisch und ganz alltagstauglich. Denn es reicht eben nicht, sich in irgendeiner Form energetisch zu reinigen, sondern es bedarf eines bestimmten Dreiklangs. Um in die Kraft zu kommen, um wieder stabil zu werden, um wieder Spaß zu haben am Leben. Ich bilde schon seit vielen, vielen Jahren in diesen Bereichen aus. Und eines Tages hat eine Schülerin zu mir gesagt, Mensch Andrea, schreib das doch endlich in ein Buch. Es kann nicht jeder bei dir lernen. Die Leute müssen ganz leicht rankommen. Und hier im Saarland gibt es einen wunderschönen Verlag, Neue Erde heißt dieser Verlag. Und der hat mit mir gemeinsam dieses Projekt in Buch gepackt. Extra für Sie. Und Sie sehen, so groß wie meine Hand ist, so groß ist dieses Buch. Es passt also in Ihre Handtasche, es passt in die Schreibtischschublade, es passt in das Kopfkissen und es passt übrigens auch prima in Geschenkpapier. Worum geht es in dem Buch? Ich werde Ihnen verraten, erstmal ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin, mein Leben zu verändern, wie es vorher aussah und wie es heute aussieht. Und ich kann Ihnen sagen, Leben macht wirklich Spaß. Und ganz wichtig erzähle ich Ihnen von den Zusammenhängen, wie Sie sich verknoten, wie Sie sich verhettern an all diesen einzelnen Tagen und Lebenssituationen und wie Sie wieder rauskommen. Es bedarf nun mal bestimmter kleiner Rituale und Sie sollten ins Leben passen, Sie sollten nicht so wahnsinnig viel Aufmerksam und Kraft brauchen und doch dürfen wir uns auch darauf konzentrieren. So wie ich jetzt hier sitze und mit Ihnen rede, so ist auch das Buch geschrieben. Erwarten Sie also nicht irgendwelche tieftragenden, spirituell-philosophischen Ansätze. Dazu bin ich sehr wohl in der Lage, aber bitte nicht in Büchern. Ich selbst mag Bücher, die man liest und dann weiß, wie es geht und genau so ist es gemeint. Und ich verrate Ihnen mein ganz persönliches Reinigungsritual. Also es geht auch ein bisschen intimer zu. Reinigen ist wichtig. Sie arbeiten an jedem Tag mit Menschen. Sie gehen durch die Straßen. Sie sind am Arbeitsplatz. Sie haben mit Kollegen und Kolleginnen zu tun, die nicht wahnsinnig gut gelaunt sind an jedem Tag. Sie haben es mit Kunden zu tun. Sie haben es mit Behörden zu tun. Sie haben es mit ihren Kindern zu tun. Sie haben es mit ihrer Familie zu tun. Immer mehr Menschen kommen in immer schwieriger Situationen in dieser Zeit. Wir haben es mit politischen Umbrüchen zu tun. Wir haben es mit so hässlichen Worten wie Terror zu tun. Alles das tut was mit uns. Alles das verwebt sich mit uns. Alles das nehmen wir mit nach Hause. Und dann sind wir belastet und dann sind wir überfordert und dann fühlen wir uns schlecht. Dann meckern wir die an, die wir eigentlich lieben. Und das Allerschlimmste, unsere Gedanken drehen und drehen und drehen und drehen und wir kommen aus dem Loch nicht raus. Ich kann Ihnen versprechen. Wenn Sie dieses kleine Einmaleins der Reinigung für sich anwenden, dann hört das Drehen und Drehen und Drehen auf. Und wenn Sie wütend sind, dann reinigen Sie. Und Sie werden merken, Sie bekommen wieder einen klaren Blick. Klar und wachen Blick. Und wenn Sie Ängste haben, dann reinigen Sie. Und dann bekommen Sie wieder einen klaren und wachen Blick. Und wenn Sie was vorhaben, ein Projekt oder Sie haben eine wichtige Konferenz und Sie haben das Gefühl, nicht so richtig konzentriert zu sein, dann ziehen Sie sich kurz zurück, merkt ja niemand, und machen das, was da drin steht. Und Sie werden sehen, Sie sind wieder klar und wach. An ganz vielen Punkten in Ihr Leben gehört dieses Wissen. Und es gehört in das Leben Ihrer Freundin und das Leben Ihrer Familie. Immer nur so weit, wie Ihre Familie damit schon umgehen kann. Es wäre mir eine große Ehre und eine große Freude, wenn ich auch Ihr Leben damit wieder ein bisschen mehr ins Lachen und in die Leichtigkeit begleiten dürfte. Und so wie mein eigenes Leben in eine neue Form kommen durfte, so wird sich auch Ihr Leben entwickeln, wenn Sie Spaß drin haben. Ich hatte Spaß dran, ich habe Spaß dran und ich wünsche Ihnen und mir das Allerbeste. Ich grüße Sie ganz besonders herzlich in diesem Tag und ganz besonders herzlich in Ihr Leben. Ihre Andrea Mutti. Tschüss. 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 Tschüss.